was fehlt hier ist doch alles da der meckert das was fehlt aber ich mache doch alles auffüllen möchte ich jetzt nämlich das wird jetzt schon wieder papier und das ja mein gott ja man bräuchte echt mehr platz dafür oh mein gott ich komme ich dich da nicht durch günter raus schneller machen aber wir müssen gleich den laden größer machen leute wir haben auch genug geld was kostet die erweiterung wachstum 57 jahre das brauchen auf jeden fall wir brauchen mehr reserven mehr regale doppelte vor allem klopapier habe ich nicht daher habe ich nicht hinterher aussieht aber doch schön belebt aus ich würde das kubelkisten ganz ehrlich ich mag das eigentlich aber kein lager macht alle produkte fünf euro ja martino der kauf die gar nicht nein 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 wir wollen es nicht machen was war was was schwarzer kaffee schon dann er ist doch da oder zu teuer wenn es zu teuer ist der meckern die den kaufen nicht wachstum Untertitelung des ZDF, 2020